Und derfekt, bitteschön! Und natürlich, Fallschub ins Ziel gefahren. Aber jetzt geht's gleich weiter, meine Damen und Herren. So geht's, meine Damen und Herren, jetzt geht's weiter hier, das Ganze einmal nebeneinander, Side by Side und probieren Sie hier über die komplette Strecke. Alright, Jungs, und starten bitte. Der Erste. Und hier kommt gleich der Zweite. Der Schiffe wird aufholen. Und jetzt liegen Sie gleich hier Seite an Seite, Side by Side und probieren. Die Schiffe wird aufholen. Okay. Das war's. Okay, meine Damen und Herren, jetzt gehen Sie wieder in die Standposition und sagen, dass Sie das ganze einmal hintereinander hier. Stuhlstange an Stuhlstange, haarscharf gefahren. Das war's. 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 Und, meine Damen und Herren. Das ist die Autoartistik von Feinsten. Und bis heute unüberboden in ganz Europa dieser Mann. Und so, wie der sie hier präsentiert, meine Damen und Herren, das ist seine Passion. Das ist seine Lieblingsarbeit. Applaus Und immer wohlgemerkt, meine Damen und Herren, Normalfahrzeuge, nicht hochgepowert, nicht getuned, ganz normale Autos, wo die Jungs ihre Show präsentieren. Und wir starten gleich, erst mal wird das eine Fahrzeug in Sicherheit gebracht. Und starten, Jungs, Power. Und abdrehen und einparken, jawoll. Und die drehen noch mal ihre Fahrzeuge. Und nun das Ganze einmal synchron hintereinander, Stoßstange an Stoßstange, Atencion. Yes, 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 yes. Und perfekt. Und ich starte noch mal hier. Und jetzt ist das Ganze einmal rückwärts. Sollten Sie mal falsch rum auf die Autobahn fahren. Machen Sie so wie die Jungs und Sie haben heute einen schlimmeren Unfall vermieden. Das Autobahnnet der Kornplan ist hier. So, Achtung, meine Damen und Herren, jetzt haben wir 360 Grad, komplett um die eigene Achse. Eins und zwei. Perfekt. Und jetzt haben wir das Ganze einmal synchron noch mal hintereinander. Okay. Okay.